Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir gucken uns das Gebiet von 3.4 Patch an und zwar gucken wir uns die Djinn Wurzeln und noch ein paar spezielle Steintafeln an, die wir immer in der Nähe der Djinn Wurzeln auch finden. Und erstmal natürlich was sind diese komischen Djinn Wurzeln, das werde ich euch gleich zeigen. Auf der Minimap haben wir dazu auch hier so ein kleines Wurzelsymbol. Man muss dazu natürlich die Djinn Flasche haben. Das heißt man muss die World Quest, die erste World Quest gemacht haben. Und dann kann man auf der ganzen Map kleine Räume mit den Djinn Wurzeln finden. Alles was Ausrufezeichen hier sind, sind so eine Räume. Heißt hier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Bei mir, keine Ahnung ob es noch mehr gibt. Ich habe hier in diesem Gebiet noch nicht weiter gesucht. Hier zwischen habe ich noch nicht geguckt, aber hier scheint noch irgendwas zu sein. Und hier hinten bei diesem Gebiet habe ich noch nicht weiter geguckt, ob da vielleicht auch noch was ist. Was macht man mit denen? Das bekommt man natürlich in diesen Hilfetexten gesagt. Und zwar kann man mit diesen Djinn Wurzeln, wie gesagt, die sind immer in so kleinen Räumen drin, Stürme ab- und anstellen, beziehungsweise kleine Vortexe, wie es hier auf Englisch heißt. Diese Windkugeln und einmal kleinere Stürme, kleinere Wirbelstürme. Die habe ich schon sehr oft gemacht. Diese kleineren Wirbelstürme habe ich noch gar nicht gesehen. Keine Ahnung, was man dafür machen muss. Wir sind jetzt hier an einem von diesen Tempeln, beziehungsweise diese kleinen Räumen, wo sowas drin ist. Und kann man einen Sturm beschwören, um spezielle Steintafeln zu finden, die wir hier im ersten Tempel der neuen World Quest benutzen können, an zwei Türen. Muss man in sechs von diese 15 Räume rein, dann Elementarblick und dann würde man eine Wand sehen, die weiß ist, auf die geht man zu, die verschwindet. Und dort drinnen sind dann Truhen mit neuen Steintafeln. Wir kennen ja, welchen Tab sind die? Diese hier, aber wir bekommen da andere raus. Wie gesagt, um zwei Türen zu öffnen, Achievement zu bekommen und extra Truhen zu bekommen. Genau. Diese Wirbel können wir auch mit unserer Flasche wegmachen, einfach nur gegenlaufen und da können entweder Gegner drin sein oder Tiere drin sein. Also im Moment habe ich noch nicht mehr gesehen. Also an Gegnern, ähm, verschiedene Arten von diesen Pilzgegnern habe ich da drin schon gesehen und jetzt halt die Skorpione. Ähm, 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 ähm. Oh, ich glaube noch eine Tierart. Ähm, wie heißen die Viecher? Jetzt kann ich nicht auf ihren Namen. Naja, ist auch egal. Ähm, ja. Also, was kann man machen? Man kann alle diese Räume einmal besuchen, wenn man dann gerne möchte, äh, den Sturm an- oder ausstellen. Wobei es manchmal die Dinger so nah aneinander sind, dass wenn du bei einem Ding Sturm anstellst, dass der Sturm dann auch bis zum anderen reicht und man dann auch diese kleinen Windkugeln schon hat, obwohl man das noch gar nicht angestellt hat. Ähm, wie gesagt, so einen etwas größeren Sturm habe ich noch nicht. Und ich war jetzt auch gerade... Eigentlich dabei, mal zu versuchen, sowas zu finden, aber es ist einfach nicht da. Egal, wie viele Dinger ich davon anstelle, ich bekomme keinen etwas größeren Wirbelsturm. Ähm, den großen kann man nicht ausmachen. Also, selbst wenn ihr alle Dinge auf aus... ...stellt, würde das nicht den großen Tornado hier ausmachen. Das geht nicht. Ähm... Nein, Wurm. Ich mag dich nicht. Geh weg. Man den Wegsen totschlagen könnte und irgendwas Mats bekommen könnte, aber einfach nur nervig, diese kleinen Sandwürmer da. Ja, genau. Es gibt auch immer so ein bisschen Lore noch in diesen Räumen. Und wie gesagt, man könnte, äh, Geheimraum finden. Äh, ich zeige euch einen von den Räumen. Der ist hier direkt an dem Teleporter. Hier wäre der in der Kiste drin. Hier ist auch schon angeschaltet. Ähm, was auch sehr merkwürdig ist, wenn du mal was aus- oder angemacht hast, dich auslokst und wieder einlokst, dann ist es manchmal verstellt. Also, dass es nicht dann wieder alle sind aus oder alle sind an, sondern... Hey, der ist jetzt an und der ist auf einmal aus. Und die nächsten drei, die du eigentlich angemacht hast, sind dann auch wieder aus. Oh, guck mal, wir haben... Oh, wir haben so einen kleineren Sturm gefunden. Nice. Ich will nichts sagen, aber ich suche schon eine halbe Stunde nach sowas. Okay. Large atmospheric vortex. Halt, Moment. Äh. Große atmosphärische Wirbel. Eine meteorologische Ausnahme erschaffen. Es ist klar, dass ich da eine halbe Stunde gesucht habe, bis ich was gefunden habe, die nur in der Wüste... Oh, da... Okay. Also, kann ich da jetzt... Lol, okay. Ich bin mir auch nicht sicher, dass ich... Dass das hier vorher war. Okay. Ob das hier vorher da war oder nicht. Besonders der Sturm scheint ja die Kiste freigemacht zu haben, zu aktiviert haben. Okay. Einmal das auch gesehen. Dann schneide ich euch jetzt ran, äh, in welchen dieser kleinen Räume äh... die unsichtbaren Wände waren. und wo man die Tafeln aus diesen Räumen dann hier unterhalb von dem Tempel dann einsetzen muss. Ähm. Für alle, die mal dann zu diesen ganzen Räumen hingehen wollen. Gucken wir hier nochmal schnell über die Karte rüber. Also es ist nichts unterirdisch. Die sind alle oben. Also mussten nicht irgendwo in irgendeine Höhle rein, um die zu finden oder so. Okay. Dann kommt jetzt der Cut. Das Ganze zusammengeschnitten, in welchen wir die Lagerräume finden. Und dann der Abschluss, wenn wir dann hier die äh... beiden Räume aufmachen und ein Achievement bekommen. Okay, hier ist eine Kiste. Ah, okay, da ist diese komische Steinplatte. Die steht einfach so mit daneben. So. Okay, hier passiert dann auch was. Jedenfalls wird der hier dunkler. So ein zweiter ist hier nicht. Das sei denn, hier ist... Oh, meine Güte. Es gibt versteckt... Ja, das heißt, wir müssen dann noch mal zurück. Oh, meine Güte. Okay. Ähm... Müsste zu dieser langen Seite, wenn dann ein Raum sein. Ja. Ähm... Habe ich jetzt was verpasst? Habe ich jetzt zweimal die Eins? Oder habe ich vorhin nicht richtig geguckt? Moment. Steinplatte eins, zwei, drei, vier. Habe ich zuerst die Eins gefunden und jetzt... zuerst die Zwei gefunden und dann die Eins? Naja, egal. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to... Guten Tag, hallo. Guten Tag. Fünf. Ist das jetzt besser geworden, das Wetter? Keine Ahnung. Okay, hier ist das so. Und ne... Yes. A chest full of valuables and a trove of potential clues. Okay, ähm... Ich hab jetzt gefunden und zwar ne Tür, wo man den Stuff einsetzen kann. In dem ersten Tempel, den man für die neue World Quest gemacht hat. Der Teleporter. Ähm... Moment. Ähm... Jetzt muss ich gucken, welche Richtung das gerade war. Ich bin nochmal zurückgelaufen. Ob ich zeigen kann, von welchem... Da. Die Tür hatte ich auch in der World Quest angequatscht und hat es gesagt, dass man irgendwelche Teile braucht. Die Vergangenheit der verlorenen Stadt. Okay. Eine wertvolle Truhe. Einfach so... Aha. Also hier gibt's ein bisschen Story noch zusätzlich. An den Wänden noch. Äh, das ist vielleicht nicht überall an den Wänden. Ähm... Ja. Das wäre eine wertvolle Truhe. Offen. Ähm... Ich glaube, das ist das gleiche Muster, oder? Ich gehe einfach zurück und dann ist da irgendwo eine Tür... Tür... Oder auch nicht. Nee, ihr nicht. Also ja, es ist halt... zu welchen von den Seiten waren das jetzt. Ich... Nervt mich weiter und ihr sterbt. Also ich könnte schwören, dass hier noch eine zweite Tür war. Genau, hier war dieses Wasser-Ding, wo ich auch nicht weiß, ob man das Wasser ablassen kann oder nicht. Hab ich noch nicht rausgefunden. Ähm... hier euch